Und zack, beim letzten Thema in diesem Kapitel. Parabelgleichungen bestimmen. Wir haben jetzt in diesem Fall einen Öffnungsfaktor und zwei Punkte gegeben, die auf der Parabel liegen. Wir wissen, wie eine Parabelgleichung ausschauen soll. Nämlich so, wir haben ein a, ein b und ein c-Wert. Nur in der Aufgabe ist es etwas überschaubar. Wir haben nur einen a-Wert, aber den können wir schon mal einsetzen. Und jetzt müssen wir halt überlegen, y- und x-Werte haben wir tatsächlich auch, nämlich in p und in q. Aber wenn wir jetzt nur einen einsetzen, dann bleibt immer noch ein b und ein c übrig. Das wir jetzt dann nicht einfach bestimmen können. Eine Gleichung mit zwei Unbekannten können wir nicht lösen. Aber wir können einfach beide einsetzen. Also hier drüben 3 fürs y und die beiden 4 an die Stellen, wo die x stehen. Also hier und hier. Aufpassen halt, dass man das Quadrat da beachtet. Hier haben wir einen positiven x-Wert, deswegen brauchen wir auch hier nicht klammern. Können wir gleich mal 4 Quadrat schreiben. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. 0,5 als y-Wert. Minus 0,5 ist wieder der Öffnungsfaktor. Dann setzen wir minus 1 ein. Hier müssen wir es klammern, weil der ganze x-Wert quadriert werden muss. Und dann den weiteren x-Wert da hinten auch mit minus 1 in Klammern dazufügen. Beide allein könnte man nicht lösen, wenn wir ja zwei Unbekannte drin haben. Aber wir können diese Gleichung hier nach c auflösen. Warum, sage ich dann gleich. Als erstes habe ich hier minus 0,5 mal 4 zum Quadrat zusammengefasst. Gibt minus 8. Ich bringe es gleich auf die andere Seite rüber. Gibt plus 8. Ihr dürft natürlich den Zwischenschritt hier noch mit hinschreiben. Aus b mal 4 wird 4b. Und ich bringe es rüber mit minus 4b. Und das ist jetzt quasi mein c. Da ist zwar noch ein b dabei, aber das Schöne, und das kommt jetzt, dieses c kann ich hier hinten einsetzen. Und dann habe ich nur noch bs drin stehen. Also, das vereinfachen wir und fügen es zusammen. 0,5 bleibt links stehen. Hier, minus 0,5 mal minus 1 zum Quadrat gibt minus 0,5. Denn das wird ja plus 1. Dann b mal minus 1 gibt minus b. Und statt dem c füge ich jetzt 11 minus 4b ein. Ja, also das, was sich hier drüben schon nach einer Variablen aufgelöst hat. Es macht auch Sinn, das nach c aufzulösen. Nach 4b wird es ein bisschen schwieriger aufzulösen. Oder nach b. So, und jetzt ist es hier ein Zusammenfassend. Ich bringe die minus 0,5 plus 11, bringe ich zusammen, sind 10,5. Minus nach drüben bleibt 0,5 minus 10,5. Und auf der rechten Seite wird es minus 5b. Also minus b, minus 4b gibt minus 5b. Also, das zusammengefasst gibt minus 10. Und dann habe ich hier minus 5b stehen. Muss ich doch durch minus 5 teilen. Dann ist mein b gleich 2. Also habe ich ein b berechnet. Haben wir schon. a haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch das c. Das c haben wir aber hier schon berechnet. Das heißt, ich muss jetzt nur noch das b hier einsetzen. Also, 4 mal 2 gibt 8. 8 minus 8 gibt 0. Bleibt der 3er für das c stehen. Und damit habe ich jetzt die fertige Funktion. Oder die fertige Funktionsgleichung. a hatten wir schon. b haben wir berechnet. Und c steht dran. Und jetzt haben wir die Parabegleichung bestimmt. Etwas aufwendiges Verfahren. Aber sehr logisch. Ihr müsst es einfach nur einbläuen. Und ihr müsst einfach nur ein bisschen mit dieser Gleichung spielen. Nur diese Gleichung fällt jetzt für das erste Mal weg, wenn wir das hier haben. Denn das Problem ist, dass wir weder a noch b noch c gegeben haben. Beide Punkte einzumsetzen wird dazu führen, dass wir drei Unbekannte suchen. Das geht noch weniger. Aber wir kennen ja noch eine zweite Formel für unsere Parabegleichung. Nämlich die, wo auch die Scheitelkoordinaten mit vorkommen. Und die x und die y. Und da haben wir nämlich jetzt alles gegeben. Wir haben das y von dem Punkt p. Das ist 2. Wir haben unbekanntes a. Aber das wollen wir ja berechnen. Wir haben den x-Wert von dem Punkt p. Wir haben den x-Wert von unserem Scheitelpunkt. Und wir haben den y-Wert von unserem Scheitelpunkt. Also alles zusammengefasst ergibt es genau diese Gleichung. Aufpassen muss ich halt hier, dass aus minus 1 plus 1 wird. Das in der Klammer gibt minus 1 zum Quadrat, gibt 1. a mal 1 plus 4. Und wenn ich das nach a auflöse, ist a gleich minus 2. Und jetzt, jetzt habe ich einen Öffnungsfaktor und zwei Punkte. Das gleiche wie hier oben. Ich kürze es jetzt hier ab. Die Parabe-Gleichung wird so lauten. Ihr macht das bitte aber jetzt, wenn das Themenheft vervollständigt, macht ihr bitte diese selbe Rechnung von hier oben nochmal. Ihr habt ja Öffnungsfaktor und zwei Punkte. Also müsst ihr halt nur wieder diesen Öffnungsfaktor einsetzen. Dann einmal den einen Punkt, einmal den anderen Punkt. Nach c auflösen, c hier einsetzen. Und nach b auflösen, c berechnen. Und dann müsstet ihr genau auf diese Parabe-Gleichung kommen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.